Die Aktienmärkte geifern schon wieder nach oben und in diesem Video besprechen wir, wo noch Chancen liegen. Also wir schauen uns ein paar Trading-Ideen an und wir schauen uns aber natürlich auch an, wie weit die Aufwärtsbewegung, die wir aktuell sehen, wie weit die Platz hat, wo mögliche Hindernisse liegen auf dem Weg nach oben. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Schwenk tiefer. Aber momentan rechnet ja quasi jeder damit, dass wir nochmal in Anführungsstrichen größere Crash sehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür gucken wir uns im Chart an. Wir starten mit dem Blick auf den DAX und da war die Abwärtsbewegung ja so korrektiv gewackelt nach unten. Das Unterstützungsniveau 13.600 wurde bis zur letzten Marke ausgereizt und der DAX war zuletzt nicht ganz einfach zu lesen. Wichtig und schwierig wird es für den DAX im Bereich 14.800 bis 15.000 Punkte. Hier erwarte ich im ersten Kontakt nochmal eine Abwärtsbewegung. Hier könnte man also kurzfristig nochmal eine Short-Position aufbauen. Wenn man nach unten hin Positionen eingesammelt hat, nach oben hin Short-Positionen aufbauen, Stops eng nachziehen. Als nächstes der S&P 500 und der ist momentan auch nicht einfach. Jetzt ist die Frage, sehen wir wieder das, was wir zuletzt gesehen haben? Bodenbildung, kurze Aufwärtsbewegung und dann wieder brachial nach unten. Was momentan positiv zu sehen ist, dass wir jetzt einige Tage an Aufwärtsdynamik gesehen haben. Ich habe mich am Freitag von meiner letzten Short-Position getrennt mit einem kleinen Minus, muss ich hier sagen. Und jetzt Longs laufen schon wieder richtig stark. Vorsicht im Bereich 4.300. Hier hatten wir zuletzt immer wieder und zwar punktgenau Verkaufsdruck, Verkaufsdruck, Verkaufsdruck. An diesem Punkt erwarte ich auch wieder einen Halt. Wenn sich der Markt dort auf hohem Niveau seitwärts bewegt, wäre das ein sehr starkes Zeichen. Nächstes Ziel 4.600 Punkte. Wenn wir hier eine schnellere Abwärtsbewegung sehen, also ein Tag dicke, fette, rote Kerze, so wie wir es zuletzt gesehen haben, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir wieder in Richtung 3.900 Punkte absaufen werden. Aktuell sind wir auch schon an einem kleinen Widerstand. Beziehungsweise das ist eigentlich ein sehr großer Widerstand, der aber schon wieder fast wie durch Butter überschritten wurde. Der Markt hängt hier noch an der Oberkante fest, also das letzte Wort ist hier nicht gesprochen. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich in der nächsten Woche, Achtung, Montag, Feiertag in den USA, dass wir das Niveau überschreiten, 4.3 als nächstes Ziel und dann wartet die nächste Chance, wenn man noch nicht eingestiegen ist. Entsprechend hier, wenn wir das Niveau anlaufen, bisschen Gegenbewegung sehen, rumgewackelt auf hohem Niveau, dann weitere Long-Chance im S&P 500 bis 4.600. Sehr spannend auch die dritte Reihe, der Russell 2000. Da hat man mal gesagt, hier das Niveau um 1.700 ist altes, markantes Unterstützungsniveau. Wir haben in der dritten Reihe eine Korrektur um 30% gesehen, was statistisch ja einfach ein Kaufniveau ist. Beachtet das letzte Video. Rücksetzer sind Kaufniveaus, erste Kaufniveaus, beziehungsweise Chancen, die ersten Positionen einzusammeln. Für langfristige Depots mit Sicht auf 5 oder 10 Jahre. Der Russell 2000 geifert hier auch wieder nach oben, hat sich relativ lange auf dem Unterstützungsniveau festgehalten. Jetzt haben sich die Käufer aber letztendlich durchgesetzt. Der Startschuss ist gefallen. Jetzt kommt es darauf an, dass der Bereich 1950 überschritten wird. Und dann erwarte ich im Bereich 2100 nochmal eine Gegenbewegung, die wieder in Richtung 1950 laufen könnte. Jetzt für den Moment erwarte ich aber weitere Stärke. Sollte der Russell 2000 hier an der aktuellen Marke scheitern, sollten wir keine weitere Dynamik sehen. Und dann müssen wir nochmal mit 1700 Test rechnen. Und je öfter dieses Niveau dann angelaufen wird, entsprechend gewackelt, auf niedrigem Niveau, dann wäre das ein sehr schwaches Zeichen. Schauen wir uns das Silber an und das sieht momentan weiter nicht gut aus. Die Dynamik lag zuletzt auf der Unterseite, also Verkaufsdruck nach unten, schnell dynamisch. Das Make-or-Break-Unterstützungsniveau 21 bis 22 wurde unterschritten. Kein gutes Zeichen. Und jetzt schiebt sich der Markt so langsam schleppend nach oben. Ebenfalls wieder kein gutes Zeichen. Im Silber müssen wir damit rechnen, dass es quasi von jetzt an nochmal abwärts geht in Richtung 18,50 bis 19 US-Dollar. Dieses bärische Szenario, was ich hier aufzeichne, das wird ein Stück weit aufgelöst. Oder der Chart hält sich auf, wenn wir, ich sag mal, einen Tagesschlusskurs über 23 US-Dollar sehen. Dann weitet sich einfach nur diese lange Range, die wir schon haben, die weitet sich ein Stück weit aus. Was aber nicht bedeutet, dass wir die 18,50 bis 19 US-Dollar nicht mehr sehen werden. Ein schneller Blick auf den Bitcoin. Und hier hängen wir auf niedrigem Niveau an der markanten Unterstützung im Bereich 30.000. Auch das ist erstmal kein gutes Zeichen. Momentan können sich weder die Käufer noch die Verkäufer durchsetzen. Aber eigentlich erwarte ich, wenn so eine Unterstützung angelaufen wird, dynamische Gegenbewegung. Denn an Verlaufstiefs sehen wir häufig so V-Formationen. Unterstützung werden kurz angetestet und dann, bam, gibt es Gegenbewegung. Wenn Sie sich um das Thema Volumenprofil, Volumenprofile zum Beispiel, wenn Sie sich das angucken, dann sind das Niveaus, an denen ein Preis nicht akzeptiert wird. Low-Volumen-Notes. Und hier erwarten wir eigentlich immer, bam, nicht akzeptierte Preisniveaus sorgen eigentlich immer für schnelle Gegenbewegung. Das haben wir aber momentan hier überhaupt nicht. Hier wird viel gehandelt. Und hier, das ist momentan eher ein Zeichen der Schwäche. Ich erwarte hier tatsächlich nochmal einen Rutsch nach unten. Wenn man sich im Bitcoin engagieren möchte, wäre das Unterstützungsniveau eigentlich, der erste Test wäre in Kauf gewesen. Und jetzt würde ich aber abwarten, sollten es die Käufer schaffen, tatsächlich nochmal nach oben zu laufen. Sollen wir hier diese kleinen letzten Verlaufshochs per Tagesschlusskurs überschreiten, dann wäre das ein starkes Zeichen. Dann haben wir auch wieder Platz in Richtung 47.500. So, jetzt schauen wir uns den Euro-US-Dollar an. Und hier haben wir auch wieder so ein Szenario. Man muss ja immer in Szenarien denken. Was mache ich, wenn das und das passiert? Was ist zu erwarten, wenn das passiert? Und im Euro-Dollar haben wir das markanteste Tief, was wir in den letzten Jahren ausgebildet haben, wurde angelaufen hier im Bereich 1.04. Und jetzt sehen wir eine Gegenbewegung. Und hier sehen wir das, was wir im Bitcoin nicht sehen, nämlich Dynamik nach oben. Also Test und dann Dynamik. Schwaches Zeichen für den Euro wäre das gewesen. Hier in Rot dargestellt. Also hin und her gewackelt auf niedrigem Niveau. Dann wären wir schnell bei der Parität und sogar noch tiefer. Aber jetzt haben wir erstmal wieder Dynamik nach oben. Das heißt, im Euro rechne ich mit etwas Entspannung. Zumindest mal Kurse im Bereich 1.11, 1.12 sind hier durchaus drin. Steigende Kurse sehe ich auch weiter im, oder halte ich im Öl für möglich. Der Ölpreis zuletzt so ein bisschen seitwärts gelaufen. Wir sehen aber in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, dass die Käufer hier nicht locker lassen. Die Kontrakte werden zu immer höheren Kursen wieder eingekauft. Und jetzt wird aktuell hier dieser kleine Mini-Widerstand oder das Hoch der Range wird angetestet. Und hier sieht es momentan wirklich danach aus, dass wir nochmal Sprung nach oben sehen werden. Jetzt kommen wir zu Sektoren, beziehungsweise es gibt einen Sektor, der weiterhin richtig geifert. Und das ist der Energy-Sektor. Da gucken wir uns auch gleich ein paar Trading-Ideen an. Der Markt läuft wie geschnitten Brot. Wir haben gerade am Ölpreis gesehen. Da scheint auch nochmal weiterer Kaufdruck zu kommen. Also nochmal weitere Aufwärtsbewegungen zu rechnen. Und jetzt gucken wir uns entsprechend mal ein paar Aktien in dem Bereich an. Als allererstes American Electric Power. Die Aktie hängt am 2020er hoch. Ist da angelaufen, erstmal abgeprallt. Käufer haben sich formiert, Luft geholt und jetzt kommt der nächste Angriff. Hier sehe ich gute Chancen, dass das hoch überwunden wird. Und entsprechend, dass wir hier auf neue Hochs laufen. Also American Electric Power, AEP, spannende Geschichte. Dann ebenfalls sehr spannend, die PPL Corporation. Hier haben wir, wenn wir mal zurückblicken, in 2020 markante Widerstände gesehen. Immer wieder angelaufen. Immer wieder der Preisbereich 30,5 bis 31 US-Dollar. Und das sind so Sachen, auf die ich einfach schaue. Denn man kann hier zwei Dinge machen. Man kann das Niveau erstmal shorten, auf eine Gegenbewegung spekulieren. Auf der anderen Seite, wenn die Zeit reif ist, wenn die Range, die ist jetzt schon relativ alt. Und hier könnten sich bald optimale Voraussetzungen ergeben, dass die Range verlassen wird. Und dann haben wir hier einen größeren Trend zu erwarten. Also die PPL unbedingt im Auge behalten. Ebenfalls im Auge behalten sollte man weiterhin den Bereich der Value Aktien. Hatte ich zuletzt auch schon angesprochen. Hier vertretungsweise durch den Vanguard Value ETF gekennzeichnet. Da haben wir wunderbar in Perfektion unten das untere Range, Unterstützungsniveau angelaufen. Wir sehen, dass der Aufwärtstrend hier in den letzten Monaten abgekippt ist. Aber die Käufer sind an der unteren Range Unterstützung wieder in den Markt gekommen. Value läuft momentan deutlich besser als Growth Aktien, als viele andere Aktien. Wir sehen die Abstürze moderat. Da kann man tatsächlich Buy and Hold mäßig relativ gut durchschippern. Und deswegen hier im gesamten Value Bereich. Rücksetzer sind langfristig gesehen weiterhin interessant, um Positionen aufzubauen. Schreiben Sie mir doch mal, welche Aktien Sie gekauft haben, als es jetzt an der Börse nach unten ging. Denn Märkte bewegen sich ja immer in ganz ähnlichen Zyklen. Und wenn Sie lernen möchten, diese einzelnen Zyklen auszunutzen, sowohl bei fallenden Kursen an der Börse profitieren und natürlich auch bei steigenden, auch bei Seitwärtsbewegung, tragen Sie sich gerne für ein Strategiegespräch ein. Und dann besprechen wir mal, wo Sie stehen, wo Sie hinwollen und wie ich Sie da auf dem Weg begleiten kann, hin zum profitablen Trading in jeder Marktphase. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Achtung, am Montag, Feiertag in den USA. Genießen Sie den Sonntag. Ich melde mich ab hier aus Oberstdorf in der nächsten Woche, dann wieder aus gewohnter Umgebung.